Moin Moin. Was ihr nicht sehen konntet, war, dass sowohl das Material als auch die Maurer selber schon da waren und eigentlich beide entweder hätten abladen wollen oder hätten anfangen zu mauern wollen. Die Maurer haben sich gewundert, warum ist das Material nicht da und die Lieferanten konnten nicht wirklich gut liefern, weil Fibrock, die Auffahrt, welche wir extra haben für den Schwerlasttransport herstellen lassen, für mehr als 1000 Euro nebenbei gesagt, extrem platzsparend nutzt, sodass da im Moment Schwerlast steht, aber kein Transport mehr vorbei passt. Zur Erinnerung, so sieht es auf dem Rest des Grundstücks aus, da ist also auch kein Platz, um noch Material zu lagern, geschweige denn überhaupt irgendwo hinzukommen. Egal, ich nehme euch jetzt mit auf eine Rohbau-Room-Tour. Halt, was war das? Links unten. Hat jemand von euch etwa auch diesen stylischen Fibrock-gebrandeten Aschenbecher oder Schirmständer gesehen? Coole Nummer. Wofür die unser Geld alles ausgeben? Naja, schauen wir uns das Haus an. Wir kommen hier zur Haustür rein. Durch den Flur kann man rechts abbiegen, dann ist man direkt im Badezimmer. Da wird also das WC stehen, das Waschbecken und hier die Dusche. Das Fenster in den anderen Raum ist die Duschablage, die da noch hinkommt vermutlich. Wir gehen dann weiter hier in den ehemaligen Haustechnikraum. Da wir einen Vollkeller haben, ist das jetzt ein reiner Durchgangsraum zur Garage, im Moment noch mit Guckloch zum Badezimmer. Und ganz am Ende des Flurs befinden sich hier links die Garderobe und das Arbeitszimmer. Wenn wir da wieder rausgehen, sehen wir an der Garderobe nochmal schön die Ausbuchtung für den Heizkreisverteiler und sind dann wieder im Flur. Da, wo die Steine noch so ein bisschen niedriger sind, da kommt das Treppenhaus hin. Trepp auf, Trepp ab mit einem schönen großen oder nein, zwei schönen großen Fenstern in den Flur, damit es auch schön Licht ist. Blick nach unten ins Schwimmbad und weiter geht es ins Wohnzimmer. Das Loch in der Wand ist der Anschluss für die Wärmepumpe, die steht genau da vor dem Haus. Wir haben hier das Wohnzimmer, dreifach Flügeltür, gehen dann Richtung Esszimmer, da kommt eine Schiebetür hin, die ist doppelt. Plus nochmal zweifach Flügeltür und hier der Schwenk ist Richtung Küche, da wird also unsere Küchenzeile stehen. Der Clou des Ganzen, den ihr noch nicht sehen könnt, ist der Luftraum. Im Moment haben wir überall Luftraum, weil die Decke noch nicht drauf ist, aber da lassen wir uns einfach mal überraschen, wie das dann wirkt. Das war's aus dieser Woche schon und wenn ihr weiter auf dem Laufenden bleiben wollt, abonnieren nicht vergessen und bis zur nächsten Woche.